3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 6 5 5 5 7 7 11 14 I'm in love with this car Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hä? Warum steht der bei uns, Alter? Was soll der Mist? Alles klar. Da ist der Sammelstück. Ich glaube das interessiert gerade wenig. Wo bist du? Auch, auch alles. Ja, genau. Gut macht Alex, Alex, alles im Werkstammungsammstück. Bin ich selber nicht mehr gestanden, darum bin ich krepiert. Hm, genau. Na dir. Ja. Alles klar, komm hier hinter, komm hier hinter. Wo? Na. Du sagst noch nicht, was ich zu tun habe, du schwein. Dann nicht, dann stirbst du. Ah, steht da wieder einer. Okay, komm zu dir. Textur. Geil, du musst kümmern. Na? Geil. Geil. Jetzt an. Jetzt an, okay? Wo sehe ich hinter? Ups. Profi am Werk. Geil. Upsi poopsi. Geil. Hä? Wo war der? Ey, du kannst doch nicht einfach weggehen. Anges, du kannst doch nicht gefeift. Inhalte. Und bist du das ärgerisch. Pfff. Du kannst doch nicht weggehen. Spunnen wir nicht immer noch? Ich glaube so. Jetzt springen niemand mehr auf von dieser Mauer. Ich habe den immer nicht noch geklont. Ich würde sagen, wir sprayen einfach mal vor. Und die Dock sollen wir nicht in Kai holen. Ja, während der Maus haben. Ich hoffe, du hast die Heep leckt. Heep leckt mir hin wieder. Kannst du dich ja weg zurücklehnen? Ja. Hannes, wie schaut es bei dir aus? Oh, eigentlich bin ich safe zum Holen. Und es wird Zeit, dass ich mich holze. Das ist ein Stil. Holst du zum Ding? Ja. A zum L. Ja, genau. Schnell, schnell, schnell. Holen Alex. Holen Alex. Jetzt erwischt es mich. Ich sehe es kommen, Alter. Ja, ja. Alles wird gut, alles wird gut. Alles wird gut. Haut mal Blank und normale Granaten alles runter. Das ist ein Witz. Ich bin auch am sterben, wie ein Sterbender. Musst du da runter. Na, kein Hauf. Er mocht's. Er ist kalt. Er mocht's. Er ist kalt, wie nice wird, Leute. Oh, das war's jetzt, ey. Ich komm mal niemanden her. Ja. Einen noch, komm. Komm, auf, auf. Jetzt müssen wir von Anfang an starten. Weil irgendeiner nachschweigt. Ja. Was hat das einmal noch? Noch zwei. Okay. Okay. ist doch ein witz ich glaube ich habe mit deinen nerven am ende hat jemand adoptives kernfeuer mit drin was das ja das geht dann welche texture eiskolp macht das alter eiskolp zuck die ok den boss müsste ihn holen das ist ja wirklich so ranzig weiter raps alter fick mich wo ist raps ja ja genau wurde er mir getroffen du musst den kai holen nö ich hab keine Muni mehr jetzt bin ich auch gestorben peter im nächsten Mal noch mal den ganzen Spun machen doch da war der Muni zum wenn es auch nicht braucht jetzt kommen die raps geil jetzt kommen die raps geil ich hab nur noch sieben Schuss jetzt kommt die raps jetzt kommt die raps die raps die raps das ist nicht ist nicht Ach kum... Ich bin auf Rekrut Locker... Sprayen wir mit die Stachel vor, oder? Oh, was anderes müssten wir ein bisschen verwendet haben Das Problem ist ja, dass die E-Bonner Rande wieder treffen müssen und da liegst Verrückst du mal dein Mikrofon ein bisschen von deiner Nassen rief Hä? Was hat die Hülle? Weißt du, alles total schwarz und ich werde von irgendwem angehittet Das ist doch ein Witz Wo strengern die? Komm, machen wir's wie immer Machen wir's wie immer Ja, Full Rushen glaube ich nicht das ist, oder? Ja Einfach Drain-Kanaten, wie aufs Füge geht Wenn die scheiß Reps nicht kommen wollen Aber, mit dem Flur ist der Brav, ich bin Full Missplink Äh, schau, wo, wo holt der wir jetzt an mit? Ja, Weib Habe sie nicht. Vielleicht der Wulps, der Alex. Ah, vergiss das. Wipe! Sehr schön. Hat schon fast geklaut. Nein, zur Hälfte! Wipe, Wipe, Wipe. Ah, der Alex hat sich gut gemacht. Der Alex kannte das bestimmt für alles raus wegen YouTube. Siegst mir leise an, dass sie grünzen. Hä? Alles klar, das Ende ist jetzt Teil uns. Teil uns! Die Linie halten! Aber so kloppt das schon fast. Alter, du warst fertig. Alles klar. Die Ballons, die machen wir. Ballons. Was? Hä? Da, wenn du nicht instant los rennst, dann stirbst du. Wie ein Sterbender. Ja, mein Bildschirm ist aus. Geil. Vielleicht wird man doch nicht mehr rushen. Hä? Hä? Halt die Fresse! Oder? Ich glaube, das mit rushen wäre nix. Oder wir... na... könnten höchstens vor die Deckung da rushen. Aber wir schauen alles irgendwo mal auszuschalten. Schau mal, ob die Linie aus Alp... Was? Alles klar. Haben wir auch mit rushen, oder? Nein. Nein. Ich sehe wirklich so ein Scheiß. Ich sehe wirklich so ein Scheiß. Hallo. Wurdet ihr von der linken Seite erschossen, oder rechten? Links. Oh, ich rast aus! Na! Alex? Ja. Das war schon fast. Komm, ich kann nicht mal zünden. Das nervt mich richtig jetzt. Was ist, wenn ich zuerst vier renn? Wenn ich down gehe, dann liege ich einfach dort und springe mit dem Gears und alles nieder, was geht. Also... Das würde auf mich die Aufmerksamkeit lenken. Kannst du natürlich auch passieren. Nein, ich wohne nicht ganz vorher. Jetzt mach ich dann halt wieder kriegen, die Sendung. Nein, du schuifst, das wüffl. Reketenwerfer, Alter, ich rast aus! Was? 316 ausgaube Also wir haben... Wir sind mit Voschnitz... Wir nehmen sogar die Talons an... Die Talons an... Fick die Talons an... Fick die Hähne... Ach geil... Fick die Hähne, ich hab nur drin... Wir brauchen der wahr... Gleich wird's laut... Chevrolet-Raketen im Anschluss Chevrolet... Ja... Ja, Hauptsache Checkpoint, Alter... Der Rest soll uns wurscht sein... Wenn wir da Checkpoint haben... Was wir kommen... Nein... Höhöhöhöhöh... Hört schon vor, es funktioniert... Hä? Komm, Alter... Du wirst von den unmöglichsten Stellen immer erschossen... Wir brauchen die Hähne... Wir brauchen die Hähne... Wir brauchen die Hähne... Häh... 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 oh man stirbt immer oh man stirbt immer oh man stirbt Aißen, sind doch. Was bringt euch das, wenn ihr da abrushet, wenn wir doch eh keinen Checkpoint sofort kriegen? Dass ich dich da nicht ablenken kann, das siehst du vielleicht. Da platzieren geht's. Ich weiß nicht, ob wir den einsetzen können, wenn du willst. Ja, okay, einsetzen könnt ihr. R3. Ja. Aber nicht sprengen, wenn ihr drauf seid. Ja, gut. Ja, aber selbst wenn der Alex steht, dann muss ich ihn ja erst wieder beleben und dann muss ich ihn sprengen. Das dauert ja wieder ewig. Ey, what the fuck? Wartan, ich bin doch... Es kommt an die eine Mission, wohn langsam.